In dieser Formel habe ich die scheinbare Helligkeit, ich vergleiche die scheinbaren Helligkeiten von zwei Sternen und ich habe an der Stelle, ich schreibe hier Energie, eigentlich ist das so Watt pro Quadratmeter, meistens setzt man eines, das wird sich ja die Quadratmeter wegkürzen, also mehr so die Leistung. Wie viel kommt wirklich an vom Stern, das steht da und das ist so, wie empfinde ich das in meinem Auge und ich rechne jetzt mal ein Beispiel vor bei der Aufgabe, die habe ich jetzt hier, da ist gegeben, die Differenz der scheinbaren Helligkeiten ist 5 zwischen zwei Sternen, wie schaut es jetzt aus, das Verhältnis der Energien, 10 mal, 20 mal und wie viel heller muss der eine Stern sein, damit er 5 mal in den scheinbaren Helligkeiten, 5 Stufen weiter oben steht. Gut, und ich habe, also Delta M, das setze ich hier, also das ist hier die Formel nochmal, Delta M ist einfach 5 und jetzt muss ich nach dem Ding auflösen und das mache ich immer gleich, ich habe einen Logarithmus, die 2,5, die Nerven, die gehen mitgeteilt rüber, dann habe ich aus 5 wird 2, Logarithmus geht weg mit 10 hoch, das ist der 10er Logarithmus, also im Taschenrechner ist das die LOG-Taste, ohne irgendwas einzugeben, also die Log-Taste. Und weil eben 10 hoch Log 10 von A ist wieder A, das hebt sich auf, Umkehrfunktionen zueinander, deswegen 10 hoch Log, da bleibt dann das E1 hoch E2 übrig, ja, und 10 hoch minus 2 ist 10 hoch minus 2, ist ein Hundertstel. Und damit habe ich den Zusammenhang. Also der eine Stern, wenn der eine Stern 100 mal so viel Watt pro Quadratmeter liefert wie der andere Stern, dann haben sie von den Größenklassen so ungefähr 5 Unterschied. Und das ist der Unterschied zwischen sehr hell sichtbar und grad noch sichtbar, also wenn Sie im Himmel schauen und vergleichen, einen grad noch sichtbaren Stern, nicht in München, sondern am Feld, ja, und einen sehr hellen Stern ist der exakte Unterschied 100. Und was Sie empfinden, das lässt sich eher in diese Schulnoten einpassen. Also diese Größenklasse, das ist schon aus der Antike, die 1er Sterne sind die hellsten und die 6er Sterne sind grad noch sichtbar. Genau, und mit Teleskopen sieht man auch 12er Sterne.